Da tauchte zur Rechten die flache Küste auf, Fischerboote belebten das Meer, die Bäderinsel erschien, der Dampfer ließ sie zu linken, glitt verlangsamten Ganges durch den schmalen Port, der nach ihr benannt ist, und auf der Lagune, angesichts bunt armseliger Behausungen, hielt er ganz, da die Barke des Sanitätsdienstes erwartet werden musste. Eine Stunde verging, bis sie erschien. Man war angekommen und war es nicht. Man hatte keine Eile und fühlte sich doch von Ungeduld getrieben. Die jungen Polesaner, patriotisch angezogen, auch wohl von den militärischen Hornsignalen, die aus der Gegend der öffentlichen Gärten her über das Wasser klangen, waren auf Decke kommen und, vom Asti begeistert, brachten sie lebehochs auf die drüben exerzierenden Bersalieri aus. Aber widerlich war es zu sehen, in welchem Zustand den aufgestutzten Greisen seine falsche Gemeinschaft mit der Jugend gebracht hatte. Sein altes Hirn hatte dem Weine nicht, wie die jugendlich Rüstigen, Stand zu halten vermocht, er war kläglich betrunken. Verblödeten Blicks, eine Zigarette zwischen den zitternden Fingern, schwankte er, mühsam das Gleichgewicht haltend, auf der Stelle vom Rausche vorwärts und rückwärts gezogen. Da er beim ersten Schritte gefallen wäre, getraute er sich nicht vom Fleck, doch zeigte er einen jammervollen Übermut, hielt jeden, der sich ihm näherte, am Knopfe fest, lallte, zwinkerte, kicherte, hob seinen beringten, runzeligen Zeigefinger zu alberner Neckerei und leckte auf abscheulich zweideutige Art mit der Zungenspitze die Mundwinkel. Aschenbach sah ihm mit finsteren Brauen zu, und wiederum kam ein Gefühl von Benommenheit hin an, so, als zeige die Welt eine leichte, doch zu hemmende Neigung, sich entsonderbare und fratzenhafte zu entstellen. Ein Gefühl, dem nachzuhängen freilich die Umstände ihn abhielten, da eben die stampfende Tätigkeit der Maschine aufs Neue begann und das Schiff seine, so nah dem Ziel unterbrochene Fahrt, durch den Kanal von San Marco wieder aufnahm. So sah er ihn denn wieder, den erstaunlichsten Landeplatz, jene blendende Komposition fantastischen Bauwerks, welche die Republik den ehrfürchtigen Blicken nahender Seefahrer entgegenstellte. Die leichte Herrlichkeit des Palastes und die Seufzerbrücke, die Säulen mit Löw und Heiligem am Ufer, die prunkend vortretende Flanke des Märchentempels, den Durchblick auf Torweg und Riesenuhr, und anschauend bedachte er, dass zu Lande, auf dem Bahnhof in Venedig anlangen, einen Palast durch eine Hintertür betreten heiße, und dass man nicht anders, als wie nun er, als zu Schiffe, als über das hohe Meer, die unwahrscheinlichste der Städte, erreichen sollte. Die Maschine stoppte, Gondeln drängten er zu, die Fallrebstreppe ward hinabgelassen, Zollbeamte stiegen an Bord und walteten oben hin ihres Amtes. Die Ausschiffung konnte beginnen. Aschenbach gab zu verstehen, dass er eine Gondel wünsche, die ihn und sein Gepäck zur Station, jener kleinen Dampf verbringen solle, welche zwischen der Stadt und dem Lido verkehren. Denn er gedachte, am Meere Wohnung zu nehmen. Man billigt sein Vorhaben, man schreit seinen Wunsch zur Wasserfläche hinab, wo die Gondelführer im Dialekt miteinander zanken. Er ist noch gehindert hinabzusteigen, sein Koffer hindert ihn, der eben mit Mühsal die leiterartige Treppe hinuntergezerrt und geschleppt wird. So sieht er sich minutenlang außerstande, den Zudringlichkeiten des schauderhaften Alten zu entkommen, denen die Trunkenheit dunkel antreibt, dem fremden Abschiedtourneurs zu machen. Wir wünschen den glücklichsten Aufenthalt, meckert er unter Kratzfüßen. Man empfiehlt sich geneigter Erinnerung. Au revoir, excusez et bonjour, eurer Exzellenz. Sein Mund wässert, er drückt die Augen zu, er leckt die Mundwinkel und die gefärbte Bartfliege an seiner Greisenlippe sträubt sich empor. Unsere Komplimente, lallt er, zwei Fingerspitzen am Mund, unsere Komplimente dem Liebchen, dem allerliebsten, dem schönsten Liebchen. Und plötzlich fällt ihm das falsche Obergebiss vom Kiefer auf die Unterlippe. Aschenbach konnte entweichen. »Dem Liebchen, dem feinen Liebchen!« hörte er in girrenden, hohlen und behinderten Lauten in seinem Rücken, während er, am Strickgeländer sich haltend, die Fallrebstreppe hinabklomm. Wer hätte nicht an den flüchtigen Schauder eine geheime Scheu und Beklommenheit zu bekämpfen gehabt, wenn es zum ersten Male oder nach langer Entwöhnung galt, eine venezianische Gondel zu besteigen. Das seltsame Fahrzeug, aus balladesken Zeiten, ganz unverändert überkommen und so eigentümlich schwarz, wie sonst unter allen Dingen nur Särge sind. Es erinnert an lautlose und verbrecherische Abenteuer in plätschernder Nacht. Es erinnert noch mehr an den Tod selbst, an wahre und düsteres Begängnis und letzte schweigsame Fahrt. Und hat man bemerkt, dass der Sitz einer solchen Barke, dieser sargschwarz lackierte, matt-schwarz gepolsterte Armstuhl, der weichste, üppigste, der erschlaffenste Sitz von der Welt ist? Aschenbach ward es gewahr, als er zu Füßen des Gondoliers, seinem Gepäck gegenüber, das am Schnabel reichlich beisammen lag, sich niedergelassen hatte. Die Ruderer zankten immer noch, rau unverständlich, mit drohenden Gebärden. Aber die besondere Stille der Wasserstadt schien ihre Stimmen sanft aufzunehmen, zu entkörpern, über der Flut zu zerstreuen. Es war warm hier am Hafen, lau angerührt vom Hauch des Scirocco, auf dem nachgiebigen Element in Kissen gelehnt, schloss der Reisende die Augen im Genusse, einer so ungewohnten als Süßenlässigkeit. Die Fahrt wird kurz sein, dachte er, möchte sie immer währen. In leisem Schwanken fühlte er sich dem Gedränge, dem Stimmengewirr entgleiten. Wie still und stiller es um ihn wurde! Nichts war zu vernehmen, als das Plätschern des Ruders, das hohle Aufschlagen der Wellen gegen den Schnabel der Barke, der steil, schwarz und an der Spitze lebardenartig bewährt, über dem Wasser stand, und noch ein drittes, ein Reden, ein Raunen, das Flüstern des Gondoliers, der zwischen den Zähnen stoßweise in Lauten, die von der Arbeit seiner Arme gepresst waren, zu sich selber sprach. Aschenbach blickte auf, und mit leichter Befremdung gewahrte er, dass um ihn her die Lagune sich weitete und seine Fahrt gegen das offene Meer gerichtet war. Es schien folglich, dass er nicht allzu sehr ruhen dürfe, sondern auf den Vollzug seines Willens ein wenig bedacht sein müsse. »Zur Dampferstation also«, sagte er mit einer halben Wendung rückwärts. Das Raunen verstummte. Er erhielt keine Antwort. »Zur Dampferstation also«, wiederholte er, indem er sich vollends umwandte und das Gesicht des Gondoliers emporblickte, in der hinter ihm auf erhöhtem Borde stehend vor dem fahlen Himmel aufragte. Es war ein Mann von ungefälliger, ja brutaler Physionomie, seemännisch-blau gekleidet, mit einer gelben Scherpe gegürtet und einen formlosen Strohhut, dessen Geflecht sich aufzulösen begann, verwegen schief auf dem Kopfe. Seine Gesichtsbildung, sein blonder, lockiger Schnurrbart unter der kurz aufgeworfenen Nase ließen ihn durchaus nicht italienischen Schlages erscheinen. Obgleich er schmächtig von Leibesbeschaffenheit, so dass man ihn für seinen Beruf nicht sonderlich geschickt geglaubt hätte, führte er das Ruder, bei jedem Schlage den ganzen Körper einsetzend, mit großer Energie. Ein paar Mal zog er vor Anstrengung die Lippen zurück und entblößte seine weißen Zähne. Die rötlichen Brauen gerunzelt blickte er über den Gast hinweg, indem er bestimmten, fast groben Tones erwiderte, sie fahren zum Ledo. Aschenbach entgegnete allerdings, aber ich habe die Gondel nur genommen, um mich nach San Marco übersetzen zu lassen. Ich wünsche, den Vaporetto zu benutzen. Wir können den Vaporetto nicht benutzen, mein Herr. Und warum nicht? Weil der Vaporetto kein Gepäck befördert. Das war richtig, Aschenbach erinnerte sich. Er schwieg. Aber die schroffe, überhebliche, einem Fremden gegenüber so wenig landesübliche Art des Menschen, schien unleidlich. Er sagte, »Das ist meine Sache, vielleicht will ich mein Gepäck in Verwahrung geben. Sie werden umkehren.« Es blieb still. Das Ruder plätscherte, das Wasser schlug dumpf an den Bug, und das Reden und Raunen begann wieder. Der Gondolier sprach zwischen den Zähnen mit sich selbst. Was war zu tun? Allein auf der Fahrt, mit dem sonderbar unbotmäßigen, unheimlich entschlossenen Menschen, sah der Reisende kein Mittel, seinen Willen durchzusetzen. Wie weich er übrigens ruhen durfte, wenn er sich nicht empörte. Hatte er nicht gewünscht, dass die Fahrt lange, dass sie immer dauern möge? Es war das Klügste, den Dingen ihren Lauf zu lassen, und es war hauptsächlich höchst angenehm. Ein Bann der Trägheit schien auszugehen von seinem Sitz, von diesem niedrigen, schwarz gepolsterten Armstuhl, so sanft gewiegt von den Ruderschlägen des eigenmächtigen Gondoliers in seinem Rücken. Die Vorstellung, einem Verbrecher in die Hände gefallen zu sein, streifte träumerisch Aschenbach Sinem, unvermögend, seine Gedanken zu tätiger Abwehr aufzurufen. Verdrießlich erschien die Möglichkeit, dass alles auf simple Geldschneiderei angelegt sei. Eine Art von Pflichtgefühl oder Stolz, die Erinnerung gleichsam, dass man dem vorbeugen müsse, vermochte ihn, sich noch einmal aufzuraffen. Er fragte, was fordern Sie für die Fahrt? Und über ihn hinsehend antwortete der Gondolier, Sie werden bezahlen. Es stand fest, was hierauf zurückzugeben war. Aschenbach sagte mechanisch,